Viele Betreiber von Online-Shops machen einen riesen Denkfehler und zwar unterschätzen die Werbetexte. Vielleicht geht es dir auch so. Du denkst, hey, ich habe eine Tastatur, ich kann das bisschen Text in meinem Shop immer noch selbst schreiben. Oder das machen meine Mitarbeiter, die nicht verkaufspsychologisch geschult sind, die nicht sich intensiv mit Werbetexten auseinandergesetzt haben. Bei anderen Bereichen, Design, Programmierung, würde keiner den Fehler machen, jemand Unqualifiziertes da ranzusetzen, weil man weiß, da sind technische Fähigkeiten, die ich können muss. Werbetexte laden dazu ein, unterschätzt zu werden, weil man ja so wenig technische Voraussetzungen braucht. Aber die inhaltlichen Voraussetzungen sind viel größer als bei den anderen Disziplinen. Das führt dann oftmals dazu, dass dein Shop hinter seinem Potenzial zurückbleibt, weil du nicht die richtigen Texte hast, die die Zielgruppe ansprechen und zum Kauf motivieren.